Servus, lieber Panter! Na, guck mal, lass laufen, lass laufen, schneid da! Ich bin der Marco Sternheimer, bin 20 Jahre alt. Ich wurde hier geboren in Augsburg, hab dann mit vier angefangen Eishockey zu spielen, hier beim Augsburg e.V. Hab dann die ganze Jugend durchlaufen. Auf einmal da jetzt wirklich dabei zu sein, ist natürlich schon was krasses. Ich durfte dann ab und zu mal mittrainieren. Eine Woche davor hat man noch die Leute angehimmelt und gesagt, ich will mal werden wie die. Und auf einmal stehst du da und spielst mit denen. 18 Jahre lang durfte ich die Schlittschuhe hier für Augsburg trainieren. Jetzt ist an meiner Zeit, mich zu verabschieden. Ich habe lange überlegt, es waren schwierige Wochen für mich, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, meinen Weg Richtung Studium zu gehen und Niederklassiker weiter Eishockey zu spielen. Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die mir geholfen haben über diesen langen Zeitraum, vor allem in der Jugend. Also es war eine wunderschöne Jugendzeit. Bein stellen, Fragezeichen. Jetzt steht es! 3 zu 1! Augsburg legt nach und sie mogeln das Ding irgendwie rein. Jo, da ist es! Da ist es! Das ist mein erster Treffer in der deutschen Heißhockey-Liga. Herzlichen Glückwunsch! Er stochert nach. Thielmeier weiß überhaupt nicht, wo die Scheibe ist. Seinem ersten DEL-Tor! Und sie sitzt Marco! Sternheimer! Marco! Sternheimer! Marco! Sternheimer! 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 Erstmal Glückwunsch zum Sieg! Danke! Sie haben das erste DEL-Tor gemacht. Das ist fast schon ein Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, so kann man es sagen. Es war mein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Es ist natürlich super, aber der Sieg ist wichtiger. Und jetzt können wir morgen noch genießen und dann geht es schon weiter. Es war auch jetzt die letzten fünf Jahre eine wunderschöne Zeit in Augsburg. Ich habe ein Halbfinale-Spiel 7 in München miterlebt. Eine Champions-Hockey-League-Saison. Ich durfte hier zu Hause vor ausverkauftem Haus-Derby gegen Nürnberg, habe ich das Siegtor geschossen. Es sind unvergessliche Momente und die werden mir immer in Erinnerung bleiben. Marco Sternheimer! Sternheimer! Spitzer Winkel zieht rein vom Bullipunkt. Satter Schuss ins Kreuzheck. Gibt mir einen Derbysieger! 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 Ich wollte mich bei allen bedanken, vor allem bei euch Panther-Fans. Also ihr seid die besten Fans der Liga. Ihr habt mir das Ganze viel, viel leichter gemacht, hier zu spielen und hier Spaß zu haben. Und genau, das war mir einfach noch wichtig, dass ich euch das mitteile. Und man sieht sich bestimmt bald mal wieder. Ich werde ja nicht aus der Welt sein. Und ja, bis irgendwann! Bis bald. Bis bald. DiewT10 DiewT10 Untertitelung des ZDF, 2020